Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die Strategie zur Berechnung der Ableitung einer Funktion an einer Stelle kennen und mit dem Begriff Ableitungsfunktion vertraut sein. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam die Ableitungsfunktion einer linearen Funktion ermitteln und dann ein bisschen darüber sprechen, wie das in diesem Fall allgemein aussieht. Ich möchte jetzt eigentlich zunächst gar nicht so viel dazu sagen, sondern einfach gleich den ersten Arbeitsauftrag geben und zwar schau dir diesen Text und die Skizze an und fülle die Lücken. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, pausiere dazwischen das Video und wir sprechen dann darüber. Was Steigung betrifft, sind lineare Funktionen ja besonders freundlich, denn die Steigung einer linearen Funktion ist konstant. Das bedeutet, die lineare Funktion f mit f von x ist 0,7 mal x plus 1 hat an jeder Stelle ganz sicher die Steigung 0,7. Das ist jetzt nichts Neues und dafür hätten wir keinen Differentialquotienten gebraucht. Wozu also das Ganze? Naja, wir müssen uns überlegen, ob unser bereits vorhandenes Wissen jetzt mit unserem neuen Wissen auch wohl zusammenpasst. Überlegen wir uns also, was passiert, wenn wir hier jetzt unsere Strategie zur Berechnung der Ableitung an einer Stelle verwenden. Das Ganze ist hier grafisch veranschaulicht. Also wir wollen nun die Ableitung von f an der Stelle x0 berechnen. Dafür wählen wir wieder diese beiden Punkte auf dem Graphen der Funktion und betrachten zunächst einmal eine Sekante und wollen von der die Steigung ermitteln. Naja, da passieren jetzt ein paar lustige Dinge, denn der Graph von f ist eine Gerade. Auch die Sekante ist eine Gerade und wir stellen fest, diese beiden Geraden müssen ident sein. Das heißt, die Steigung des Graphen von f ist auch ganz sicher gleich der Steigung jeder möglichen Sekante und deshalb auch gleich der Steigung der Tangente an dieser Stelle. Das heißt, passt alles wunderbar zusammen und wir können auch hier eine Ableitungsfunktion aufstellen. Die Ableitung von f mit f von x ist 0,7 mal x plus 1 ist dann einfach gegeben durch f' von x ist 0,7. Das bedeutet jetzt einfach, dass wir an jeder Stelle x die Steigung 0,7 haben. Das ist nichts Neues nach wie vor, aber wir haben jetzt etwas, was wir bereits wissen, in unsere neue Sprache sozusagen übertragen. Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter und betrachten noch einen Spezialfall. Wieder möchte ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, lies es dir einfach in Ruhe durch, fülle die Lücken und wir sprechen dann noch darüber. Wir haben es hier jetzt mit einer konstanten Funktion zu tun und zwar mit der konstanten Funktion g, die gegeben ist mit g von x ist 42. Grafisch sieht das in etwa so aus und wir wissen bereits oder wir erkennen es auch hier, die Steigung ist hier an jeder Stelle einfach 0. Hier geht es nirgends bergauf oder bergab. Das bedeutet die Ableitung von g mit g von x ist 42 ist dann einfach gegeben durch g' von x ist 0. Das bedeutet ja nichts anderes als dass an jeder Stelle die Steigung 0 ist. Wir haben es einfach in unsere neue Sprache übertragen. Zum Abschluss noch eine letzte Sache. Wir wollen eine allgemeine Regel aufstellen. Mach dir darüber ein paar Gedanken, fülle die Lücke, pausiere inzwischen das Video und wir sprechen dann noch kurz darüber. Wenn wir jetzt noch eine allgemeine lineare Funktion h betrachten mit h von x ist k mal x plus d, dann wissen wir jetzt die Ableitung von h, also h Strich, ist gegeben durch h Strich von x ist k. Denn wir wissen, das heißt ja nichts anderes als dass die Funktion h an jeder Stelle die Steigung k hat. Einfach in unsere neue Sprache übersetzt. 10. 1. 1. 2. 2.